Wir können nicht einmal uns selbst verstehen, ohne eine Betrachtung anzustellen, die in einem größeren Zusammenhang und in der richtigen Perspektive erfolgt. Die richtige Perspektive ist nämlich, die Probleme des Alltags unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit zu prüfen. Diese Perspektive lässt die Probleme klein erscheinen. Verstehen, was es heißt, Mensch zu sein, heißt daher verstehen, wie der Mensch in der Allnatur aufgeht. Baruch de Spinoza Hallo und herzlich willkommen bei Cogitamos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge, die euch den Übergang zur nächsten Hauptfolge, die ich mit Janik aufnehmen würde, ein bisschen leichter machen lässt, die euch trotzdem ein bisschen philosophischen Input liefert. Gleich zu Beginn wieder die Bemerkung, ihr könnt euch unterstützen bei Paypal und gerne ein Abo bei YouTube hinterlegen. Der YouTube-Kanal wird immer höher frequentiert. Ich danke euch dafür. Wo befinden wir uns denn auf unserer Reise? Ich hatte ja vor einiger Zeit schon begonnen, diese Spezialfolgen ein bisschen chronologisch, philosophiehistorisch zu ordnen. Und zu Beginn hatten wir ja ganz ausführlich, ganz umfassend, sehr informativ die Philosophie-Geschichte des Mittelalters. Und letztes Mal haben wir dann das Mittelalter verlassen. Wir haben uns der Neuzeit zugewendet. Und die Philosophie der Neuzeit beginnt mit René Descartes. Wir haben uns ihn angeschaut und seinen Briefwechsel mit Elisabeth von der Pfalz. Und wir haben gesehen, wie eine junge Dame die Theorie eines großen Philosophen ins Wanken bringen konnte. Heute gehen wir einen Schritt weiter im 17. Jahrhundert. Die Neuzeit ist in vollem Gange und der Niederländer Baruch de Spinoza lebte von 1632 bis 1677. Er war Religionskritiker. Er wird auch als Pantheist bezeichnet. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ob er wirklich ein Pantheist war. Nach dem sehr religiösen, geprägten Mittelalter, wo sich die Philosophie erst mal von der Theologie emanzipieren musste, wird Gott nun argumentativ von Spinoza stark geschwächt. Das schon mal vorab. Außerdem deckt Spinoza eine andere Lösung für das kathesische Problem der Interaktion zwischen Körper und Seele. Das hatten wir uns auch letztes Mal angeschaut. Komme ich auch gleich darauf zu sprechen. Natürlich wird auch das wieder nur ein kurzer Einblick in die Philosophie von Spinoza. Spinoza ist wie fast alle Philosophen und Philosophinnen sehr groß, hat sehr viele Werke geschrieben. Man kann sich auch da wieder komplett verlieren. Auch ich muss immer in der Vorbereitung irgendwann den Schlussstrich ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil ihr wisst, man kann immer noch mehr lesen und sich noch mehr einlesen und sich noch mehr vertiefen in den Thematiken. Deswegen mache ich irgendwann einen Schlussstrich, denn das soll ja hier weiterhin nur als Einführung gelten, obwohl wir schon teilweise ziemlich tief reingehen. Spinoza wird am 24.11.1632 geboren. Das fand ich gleich insofern erstmal witzig, weil ich auch am 24.11. geboren wurde, genau einen Monat vor Heiligabend, früher in der Schule und auch noch später wurde ich dann von meinen Freunden liebevoll Vize-Christkind genannt. Spinoza, der wohl wahrscheinlich bedeutendste niederländische Philosoph, wurde in Amsterdam in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie hineingeboren. Ursprünglich stammt die Familie bzw. die früheren Generationen aus Portugal und war jüdisch ursprungs. Damals, wie auch in der gesamten Menschheitsgeschichte, wurden Juden in Portugal des Mittelalters im 13. Jahrhundert vor allem verfolgt und teilweise zur Konvertierung zum Christentum gezwungen. Diese Familien nannte man dann Marannen oder auch Sephardim. Marannen war die Bezeichnung eben für diese zwanghaft zum Christentum konvertierten Juden bzw. die sollten konvertiert werden. Sie wurden quasi zwangskonvertiert, haben sich aber teilweise auch dann trotzdem im Hintergrund sozusagen geheim weiterhin der jüdischen Liturgie zugewendet. Sephardim ist eben genau diese Bezeichnung für die auf der iberischen Halbinsel verfolgten Juden. Also da gibt es diesen Unterschied in der Begrifflichkeit. 1536 fand dann die portugiesische Inquisition statt. Da wurden dann alle noch übrig gebliebenen Juden bzw. die Juden, die eigentlich zum Christentum hätten konvertieren sollen, es aber nicht getan haben, von der iberischen Halbinsel vertrieben und sehr, sehr viele übersiedelten in die Niederlande. Seit der Synode von Dordrecht 1618, ihr seht, wir befinden uns weiter in dem 17. Jahrhundert herrschte gerade in den Niederlanden eine große Religionsfreiheit. Hier lebten also Protestanten, Kalvinisten und Katholiken Seite an Seite. Die Kalvinisten begegnen uns höchstwahrscheinlich auch in der nächsten Folge, weshalb ich schon mal hier kurz ein zwei Worte dazu verliere. Der Kalvinismus ist im Prinzip eine ähnliche Konfession, also eine christliche Richtung, eine christliche Glaubenslehre wie der Katholizismus oder der Protestantismus sozusagen eine Art Reformationsbewegung. Hierdurch Johannes Kalvin mit eben eigenen christlichen Schwerpunkten. Darauf möchte ich nicht detailliert eingehen. Diese ganze Toleranz in den Niederlanden, diese ganze Religionsfreiheit, die führte auch zu einer absoluten Blüte in Kunst und Kultur der Niederlande. Man sprach dann auch im 17. Jahrhundert vom goldenen Zeitalter in den Niederlanden. Die Religionsfreiheit zog verschiedenste Menschen an und die flüchteten dann in die Niederlande. Dort bekamen sie Arbeit, dort hatten sie Bewegungsfreiheit. Es kamen Schriftsteller, Gelehrte. Die Gründung der Universität Leiden war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Entwicklung der Geistes- und Naturwissenschaften. Auch René Descartes kam ja zur Universität Leiden. René Descartes lebte dann auch vermehrt in den Niederlanden. Auch in der Malerei eine Art beispiellose Epoche. So viele Gemälde hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben in so kurzer Zeit. Das ist sehr interessant. Rembrandt und Vermeer sind hier zwei ganz, ganz bedeutende Namen, die ihr euch in gewisser Weise da merken müsst oder zumindest in Zusammenhang bringen könnt. Spinoza wuchs dementsprechend auch mehrsprachig auf. In der Familie wurde traditionell portugiesisch gesprochen. Die Schriftsprache war oft Spanisch. In der Nachbarschaft redete man natürlich niederländisch. Hebräisch hat er auf der Talmudschule Etzheim. Etzheim bedeutet Baum des Lebens gelernt. Talmud, nochmal ganz kurz, sind die praktischen Ausführungen der Rituale und Regeln im Alltag des Judentums. Da hatten wir Tanach und Talmud. Tanach ist quasi das alte Testament wie die Bibel und Talmud ist quasi wie ein Ritualienkodex, wo genau beschrieben ist, wie man die Feste feiert. Aber Spinoza stand auf Kriegsfuß mit dem Judentum. 1650 im Alter von 18 Jahren distanzierte er sich von seiner familiären Religion und ging auf eine Lateinschule. Aber auch das brachte nicht mehr so viel, außer dass er in der Zeit Latein gelernt hat und viele seiner späteren Arbeiten auch auf Latein erschienen. Es kam dann, wie es kommen musste. Nur sechs Jahre später, 1656, wurde er exkommuniziert. Und das auch bis heute. Wir hatten ja schon von Giordano Bruno gesprochen. Der wurde irgendwann heilig gesprochen. Wir hatten René Descartes, der wurde auch kurze Zeit später oder dessen Schriften wurden auch kurze Zeit später wieder vom Index genommen. Wir hatten Thomas von Aquin, der wurde nur 60 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Spinoza bis heute nicht. Spinoza wird bis heute als exkommuniziert betrachten. Er wollte einfach aktiv und offen leben. Er sah das glückliche Leben in Verbindung mit der Frage nach der Erkenntnis. Und wenn diese ihm durch Gott beschränkt wird, könne er nicht glücklich werden. Da kommen schon so ein bisschen seine atheistischen, pantheistischen Thesen zustande. Er ging dann vermutlich an die berühmte, bekannte Universität von Leiden. Später dann nach Rheinsburg. Dort schrieb er auch sein erstes Buch, in dem er sich mit Descartes auseinandersetzt. Dann ging er noch nach Vorburg und 1670 nach Den Haag. In der Zwischenzeit hatte er an seinem neuen Werk gearbeitet und dies dann in Den Haag veröffentlicht. Es wurde genannt Theologisch-Politischer Traktat und dieses Buch löste einen Skandal aus. Spinoza wurde anschließend als Atheist beschimpft. Wir haben es also hier auch wieder, ähnlich wie bei Giordano Bruno, mit einer Person zu tun, die wirklich eine Art Persona non grata darstellte. Eine Person, die wirklich verhasst war in klerikalen Kreisen. Und wir werden gleich auch sehen, warum Spinoza ist einer der aufregendsten Philosophen, so würde ich das mal bezeichnen, weil seine Thesen gerade für diese Zeit so radikal sind und so innovativ, ähnlich wie bei Giordano Bruno auch schon. 1675 dann schließt er sein Hauptwerk ab namens, und jetzt hört euch den Namen an, der Name ist sehr kurios, Ethik in geometrischer Weise dargestellt. So lautet das Hauptwerk von Baruch de Spinoza. Er stirbt dann nur zwei Jahre später im Alter von nur 44 an Lungentuberkulose, am 21.02.1677. Wir werden uns nun seiner Philosophie widmen. Kurzer Rückblick bei René Descartes. Die Substanzen der Welt sind geteilt. Es gibt die unendliche Substanz, das ist Gott. Wir haben die endlichen Substanzen, das sind Körper und Geist, wobei diese von Gott abhängen, also eigentlich keine richtigen Substanzen sind, denn sie hängen ja in gewisser Weise wie Eigenschaften von Gott ab. Da kommen wir gleich auch schon zu Spinoza. Das nennt man bei René Descartes eben diesen Dualismus, diese ganz bekannte Aussage, dass es Körper gibt, dass es Geist gibt, dass es zwei voneinander unabhängige Substanzen sind, die aber beide von Gott abhängen, aber die sind beide unabhängig voneinander. Und die Frage ist dann, wie können diese beiden Substanzen interagieren? Das ist auch das, was heutzutage im Alltag immer noch gedacht wird und was auch so ein bisschen der Alltagserfahrung entspricht. Dass Körper und Geist irgendwie miteinander agieren. Körper und Geist sind so ein bisschen unabhängig voneinander, aber sie interagieren schon. Das ist das, was wir im Alltag auch so ein bisschen mitkriegen, was seit Jahrhunderten auch so die gängige These ist. Da gibt es noch andere Theorien, da kommen wir dann auch bei Spinoza gleich nochmal drauf zurück. Die andere Frage bei Descartes, und das hatten wir insbesondere jetzt auch in dem Briefwechsel mit Elisabeth von der Pfalz gesehen, ist die Frage, wie denn die denkende Substanz, also der Geist, ohne Ausdehnung Einfluss auf die körperliche Substanz, also auf den Körper hat. Also diese Interaktionsfrage war hier von ganz ganz entscheidender Bedeutung. In Fluxionismus wurde das dann bei Descartes genannt, eben diese Aussage, dass es eine Interaktion gibt. Er hat dann von der Zwirbeldrüse gesprochen und vor allem später dann in dem Briefwechsel auch eigentlich seine Theorie wieder ein bisschen zurückgenommen und noch eine dritte Substanz eingeführt, nämlich die Vereinigung, wo er genau diese Alltagserfahrung irgendwie unterbringen möchte in seiner Theorie. Aber das sind so die Aussagen von René Descartes. Nochmal kurz zum Rückblick. Jetzt kommen wir zu Spinoza, der eben diese Schwierigkeiten, die René Descartes mit sich bringt, ein bisschen umgeht. Denn Spinoza, und das ist ganz wichtig, definiert nur eine einzige Substanz. Wir haben nicht zwei Substanzen, Körper, Geist, wir haben nicht drei Substanzen, Körper, Geist, Gott. Wir haben auch nicht vier Substanzen, Körper, Geist, Vereinigung von Körper und Geist und Gott. Nein, wir haben bei Spinoza nur eine einzige Substanz und die ist in gewisser Weise Gott und in gewisser Weise die Allnatur. Also wir haben eine ganzheitliche allumfassende Substanz, die sowohl als Gott bezeichnet werden kann, aber auch die Natur umfasst. Also alles, was wir in gewisser Weise sehen, was wir fühlen, was wir denken, was wir anfassen können, was wir wahrnehmen, woran wir denken können, alles ist eine einzige Substanz. Und er versucht, diese eine Substanz mit einem ontologischen Beweis zu führen, so ähnlich wie der Gottesbeweis von Anselm von Canterbury. Aber auch hier gibt es dann wieder diesen typischen Zirkelschluss. Also Spinoza nimmt an, dass es nur eine unabhängige, vollkommene Substanz geben muss, in der alles vereint ist. Nennen wir das Universum, Kosmos, Gott, Natur. Aber wenn es diese Substanz nicht geben würde, dann müsste es eine weitere Substanz geben, die dann die andere Substanz ersetzt. Denn ganz ohne Substanz kann man sehr, sehr schwer eine philosophische Basis aufbauen. Und deshalb sagt er dann, haha, aber das geht ja gar nicht. Es kann ja keine weitere Substanz geben. Es ist einfach sein Axiom, seine Annahme. Und deshalb sagt er dann, ha, es muss ja diese eine Substanz geben. Ihr merkt schon wieder, bei diesem ontologischen Gottesbeweis oder ontologischen Beweis, da dreht man sich immer ein bisschen im Kreis. Generell merken wir aber schon hier, er argumentiert sehr technisch. Er argumentiert sehr mathematisch. Er stellt immer Definitionen an und Axiome und sogenannte Grundsätze. Und auf dieser Basis baut er dann seine Argumentation auf. Also sehr, sehr technisch, sehr mathematisch. Er schreibt dann, eine Substanz kann nicht von einer anderen Substanz hervorgebracht werden. Also es kann nur eine einzige Substanz geben. Denn wenn es eine weitere gäbe, dann hätte ja die Ursprungssubstanz diese neue Substanz hervorgebracht. Und das geht einfach nicht. Ist einfach seine Annahme. So, wir haben diese eine Substanz und alles weitere wird als Attribut bezeichnet. Zum Beispiel das Denken und die Ausdehnung. Also das Denken und das Körperliche. Bei Spinoza sind dann diese Attribute sozusagen Wesenseigenschaften, Substanz-Eigenschaften. Und es gibt genau zwei, die wir als Menschen wahrnehmen können. Nämlich genau dieses Geistige, das Denken und aber auch das Körperliche, diese Ausdehnung. Und diese beiden Attribute lassen sich dann weiterhin untergliedern in sogenannte Modi. Und so sind einfach alle Substanzen, die wir sonst so sehen, also das, was wir auch als Substanz bezeichnen würden, alle Materie, ist bei Spinoza ein Modus. Das klingt wieder sehr komisch, ist aber so. Jedes Ding ist ein Modus eines Attributes. Zum Beispiel ein Baum ist der Modus des Attributes Körperlichkeit. Und dieses Attribut Körperlichkeit ist wiederum das Attribut von der einen Substanz Allnatur oder Universum oder Gott. Also das ist bei Spinoza ganz wichtig. Er spricht davon, dass es nur eine einzige Substanz gibt. Das ist ein sogenannter Monismus. Also alle Materie beruht auf dieser einen Substanz. Es gibt nicht zwei Substanzen in diesem klassischen Dualismus bei René Descartes, sondern es gibt nur eine einzige Substanz. Das ist ganz, ganz wichtig bei Spinoza, dieser Monismus. Das Schwierige ist nun eine gewisse Art des Pantheismus bei Spinoza. Ich betone das explizit, denn da herrscht ein kleiner Streit unter all den Philosophinnen und gerade unter den Philosophiehistorikern. Also manchmal wird Spinoza als Pantheist bezeichnet. Das stimmt aber nicht unbedingt. Denn eigentlich wird Pantheismus als eine Art göttliche Option gesehen, als religiöse Möglichkeit, wie man Gott versteht. Und oft versteht man dann unter Pantheismus die Tatsache, dass Gott in der Natur zu finden ist. Also dass das Übernatürliche weiterhin in der Natur existiert. Aber für Spinoza gibt es nichts Übernatürliches. Für Spinoza gibt es nur eine Natur, eine Substanz eben, ihre Modi und ihre Attribute. Es gibt keine übernatürlichen Eingriffe. Es gibt nichts Übernatürliches. Gott ist generell nicht übernatürlich und Gott ist deshalb auch nicht als Übernatürlichkeit in der Natur zu finden. Deswegen ist es eigentlich nicht die Definition des Pantheismus. Aber nach Spinoza gibt es diese eine Substanz und die besagt, dass Gott eben nicht in der Natur zu finden ist. Dass es nicht Gott und die Natur gibt und Gott hat sich irgendwie in der Natur manifestiert. Nein. Gott und Natur sind sozusagen identisch. Sie sind sozusagen identisch. Die Natur hängt zwar ein bisschen von Gott ab. Da sagt er auch so ein bisschen, so eine Schöpfungsgeschichte muss es geben. Aber er sagt dann, die Natur ist Gott. Und alles ist Teil dieser Gesamtsubstanz. Es gibt nur eine einzige Substanz. Alles andere sind Modi, wie wir eben schon gesehen haben. Und das ist die einzige Tatsache. Also Spinoza ist eigentlich nicht ein klarer Pantheist, aber er ersetzt Natur und Gott gleich. Deswegen wird er heutzutage als Pantheist betrachtet. Es gibt Gott schon in gewisser Weise als abhängigkeitsmachende Substanz vom Anfang an, als chronologischen Anfangspunkt. Aber Gott und Natur sind quasi identisch. All das, was wir sehen, all die Materie ist genauso Gott, wie es aber auch nur Natur ist. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich habe damit auch noch meine Schwierigkeiten. Aber man muss sich das wirklich vorstellen, alles ist einfach nur eine einzige Substanz. Und da drin ist sowohl Gott, aber auch die Natur. Das hat eben dann eben auch wieder die Folge, dass Gott nicht als außenstehende Instanz auf die Natur einwirkt. Denn er ist genauso Teil der Substanz wie die Natur selber und generell wie alle anderen Dinge. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang die lateinische Phrase Deus, Sive, Natura. Gott oder auch die Natur. In dieser Aussage setzt Spinoza Gott und Natur gleich. Abwertend wird diese ganze Theorie, diese monistische und auch in Teil Pantheistische Theorie von Spinoza aus Spinozismus bezeichnet. Ihr habt auch schon gemerkt, in der Philosophie bekommt jede Theorie einen eigenen Ismus. Und so wie wir auch schon den Effektionismus hatten, haben wir jetzt auch den Spinozismus. Wichtig ist allerdings, aus Sicht der katholischen Kirche und das gerade auch zu dieser Zeit des 17. Jahrhunderts, wird Spinoza als Atheist gesehen. Und das untermauert auch so ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe. Er ist eigentlich nicht Pantheist im klassischen Sinne. Er ist eigentlich Atheist. Er sagt eigentlich, es gibt Gott nicht wirklich. Es gibt nur eine einzige Substanz. Gott ist eben nichts Übernatürliches. Gott ist nichts Spezielles. Gott ist nichts Separates. Sondern Gott ist nur ein kleiner Teil von etwas. Gott ist nur innewohnend in all den anderen Dingen. Und deshalb ist er eigentlich Atheist. Und das ist auch der Punkt, der ihm so stark in seinem Leben vorgeworfen wird. Das ist auch der Punkt, weshalb er exkommuniziert wird. Und das ist auch der Punkt, der einfach Spinoza so unglaublich spannend macht. Gerade zu dieser Zeit ist das unvorstellbar, dass man Atheistisch Gott betrachtet. Noch ganz kurz ein paar Textbelege. Er schreibt dann diese Definitionen. Er schreibt zum Beispiel, unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen Essenz Existenz einschließt. Anders formuliert das, dessen Natur nur als existierend begriffen werden kann. Also alle Ursachen bei Spinoza sind in der Natur existent. Also es gibt auch keine Willensfreiheit. Da kommen wir gleich nochmal zu. Alle Ursachen sind in der Natur. Unter Substanz verstehe ich das, was in sich selbst ist und durch sich selbst begriffen wird. Das heißt, dass dessen Begriff nicht des Begriffs eines anderen Dings bedarf, von dem her er gebildet werden müsste. Also Substanz ist nur ein einziges Ding. Es gibt nichts, was aus dieser Substanz abgeleitet werden kann. Oder die Substanz ist nichts, wovon man einen weiteren Begriff hernehmen kann. Sondern Substanz ist nur einfach da. Unter Attribut verstehe ich das, was der Verstand an einer Substanz als deren Essenz ausmachend erkennt. Also der Verstand sieht die Substanz und diese Substanz wird quasi ausgeprägt durch die Attribute. Also wir sehen Attribute und das können wir erkennen als Eigenschaft der eigenen Substanz. Spannend sind auch die Axiome, die Spinoza annimmt. Zum Beispiel haben wir da diese typischen Kausalitätsprinzipien. Auch eines der Grundprinzipien, die seit Aristoteles einfach gelten. Wir hatten ja schon bei der Philosophiegeschichte des Mittelalters gesagt, dass Aristoteles noch bis dann in die Neuzeit wirkte. Zum Beispiel mit diesem Kausalitätsprinzip oder auch dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Zum Beispiel Kausalitätsprinzip. Aus einer gegebenen bestimmten Ursache erfolgt notwendigerweise eine Wirkung. Und umgekehrt, wenn keine bestimmte Ursache gegeben ist, ist es unmöglich, dass eine Wirkung erfolgt. Klassisches Kausalitätsprinzip, Ursache und Wirkung. Oder auch das Axiom, alles was ist, ist entweder in sich selbst oder in einem anderen. Also es kann keine vollkommen unabhängige Substanz geben, so wie ja Gott gesehen wurde. Als vollkommen unabhängige Substanz. Nein, alle Dinge hängen von der einen Substanz ab. Das ist das, was er hier sagt. Oder auch Punkt 6. Das ist auch sehr kontrovers. Da könnte man sich jetzt auch wieder dezidiert einlesen. Dazu gibt es auch ganz tolle Texte. Eine wahre Idee muss mit dem Gegenstand übereinstimmen, dessen Idee sie ist. Das ist die Korrespondenztheorie der Wahrheit. Von der spricht auch Spinoza hier schon. Also man kann sich wirklich auch bei Spinoza massiv noch vertiefen. Aber ganz wichtig nehmen wir erstmal mit, der Monismus. Es gibt eine Substanz und eigentlich hat er dann die atheistische Theorie, dass Gott in der Natur herrscht. Körper und Denken sind nicht wie bei Rindelikart selbstständige Entitäten. Das hatten wir jetzt schon mehrfach betont. Sondern sie sind Attribute einer einzigen Substanz. Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges. Sie laufen parallel. Also diese beiden Attribute, Denken und Körper, haben keine Kausalität zueinander. Das war ja dieses Interaktionsproblem, das ich jetzt schon mehrfach erwähnt hatte, das wir auch letztes Mal bei René Descartes gesehen haben. Dieses Interaktionsproblem wird bei Spinoza so gelöst, dass er sagt, Denken und Körper sind zwei Attribute der einen Substanz. Denken und Körper haben keine Kausalität zueinander. Es kann keine Interaktion geben, weil beide ja einfach Teil der gleichen Substanz sind. Nur Substanzen können sozusagen miteinander interagieren. Spinoza sagt, es gibt nur eine Substanz. Denken und Körper sind einfach Teil davon. Die interagieren gar nicht miteinander. Und das nennt man psychophysischer Parallelismus. Das ist jetzt Teil der Philosophie des Geistes. Auch dieser Influxionismus, den wir bei Descartes hatten, wo es irgendwie diese alltagsgesehene Interaktion zwischen Körper und Geist geben muss, ist Teil der Philosophie des Geistes. Das sogenannte Leib-Seele-Problem. Es gibt also eine Parallele zwischen den körperlichen und den mentalen Attributen. Eine Handlung wird sozusagen gleichzeitig von Psyche und von der Physis durchgeführt. Das klingt auch wieder super abstrakt, aber damit löst Spinoza genau dieses Interaktionsproblem. Denn er sagt, es gibt gar keine Interaktion. Das scheint uns nur so. Das scheint uns nur so, dass der Geist Einfluss auf den Körper hat. In Wirklichkeit aber gibt es einfach eine Übereinstimmung in den beiden Phänomenbereichen. Und so entstehen die Handlungen. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Es gibt zwei Phänomenbereiche, die die eine Substanz geschaffen hat. Gehen wir mal davon aus, das wäre Gott. Da kann man sich das besser vorstellen. Gott hat zwei Phänomenbereiche geschaffen. Das Denken und das Körperliche. Und beides hat von Anfang an seine Ursachen und seine Wirkungen. Das heißt, es muss gar keine Interaktion geben zwischen Geist und Körper, denn beides läuft gleichzeitig parallel schon determiniert ab. Dazu schreibt dann Spinoza, Geist und Körper sind ein und dasselbe Ding, das bald unter dem Attribut Denken, bald unter dem Attribut Ausdehnung begriffen wird. Das macht es, dass die Ordnung oder Verknüpfung von Dingen ein und dieselbe ist, ob nun die Natur unter diesem oder unter jenem Attribut begriffen wird. Also die Verknüpfung von Dingen ist immer die gleiche, unabhängig davon, ob wir vom Körper ausgehen oder vom Denken ausgehen. Nein, die Verknüpfung ist immer nur hinsichtlich der einen monistischen Ursubstanz. Das kann man sich kaum vorstellen, wie ich schon erwähnt hatte. Eigentlich ist diese Interaktion zwischen Körper und Geist das, was wir im Alltag irgendwie spüren, ist das, was uns intuitiv auch logisch erscheint. Aber Spinoza sagt hier, nein, das sind beides eigenständige Bereiche, die nicht aufeinander wirken, die beide nur von der Ursubstanz abhängen und die beide aber das gleiche parallel durchführen. Nachher gehe ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz und diese Idee, dass ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, läuft parallel auch in meinem Körper so ab, dass ich wirklich losgehe. Ich habe also die Idee dazu, das Geistige und dann auch das Körperliche, aber beides wird schon vordeterminiert von der eigenen Substanz und dann laufen diese beiden Phänomene, dass ich gedacht habe und dass ich dann wirklich losgehe, das läuft einfach parallel ab. Das wirkt gar nicht aufeinander ein. Ich habe gar nicht die Willensfreiheit, mir das zu entscheiden, dass ich jetzt losgehen möchte. Das ist dann nämlich auch der nächste ganz wichtige Punkt bei Spinoza. Keine Interaktion zwischen diesen beiden Attributen und einer ganzheitlichen Natur bedeuten, dass es keine Willensfreiheit gibt. Spinoza sagt eben, der freie Wille ist nur eine Illusion, die daher rührt, dass wir uns nie aller Ursachen bewusst sind. Also wenn wir das vollständige Wissen der einen Ursubstanz hätten, wäre uns klar, dass nichts geschehen kann, ohne dass sofort was anderes geschehen ist. Es gibt eben immer diese Ursache und Wirkung. Es gibt keine Willensfreiheit. Diese beiden Attribute laufen wirklich einfach parallel ab und werden vordeterminiert. Es gab schon eine Ursache dafür. Es gab schon eine Ursache, dass ich jetzt mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehen möchte. Alles, was passiert, hat körperliche Ursachen und geistig einsehbare Ursachen. Und die eine Substanz hat beides im Vornherein geschaffen. Das ist hier bei Spinoza eigentlich ziemlich schön, dass alles aufeinander aufbaut. Diese ontologischen Aspekte mit dem Monismus, mit dieser einen Substanz, die er ja definiert. Und wo er dann diese Attribute auch beschreibt und die Modi. Und dann aber auch dieser psychophysische Parallelismus, wie dann trotzdem im Menschen irgendwie diese Handlungen entstehen. Aber dass diese Handlungen nicht selber sich überlegt werden können, sondern dass sie entstehen, weil die Substanz sich das schon gedacht hat und schon vorgeprägt hat. Ich finde das total spannend. Vor allem dann auch diese monistische Theorie, die dann wieder Auswirkungen auf die Ontologie Gottes hat. Und vor allem dann auch zu einem klaren Atheismus führt. Das soll es an dieser Stelle sein, mit diesem kleinen Einblick. Was bleibt nun von Spinoza? Also Baruch de Spinoza, der niederländische Philosoph, nimmt sozusagen eine Sonderstellung in der Philosophie ein. Er lässt sich sehr schwer direkt zuordnen. Seine monistischen Theorien waren damals nahezu revolutionär. Solch einen Monismus hatten wir schon in der vorsokratischen Periode, aber das war halt über 2000 Jahre alt. In der Zwischenzeit gab es so etwas eigentlich nicht. Deswegen dieser Monismus ist ganz, ganz spannend. Er war natürlich auch Rationalist in gewisser Weise. So kann man ihn schon dann auch mit Descartes in gewisser Weise vergleichen, aber ja gar nicht hinsichtlich der Ontologie. Also in der Ontologie, da hat ja Descartes eben klar diesen Dualismus geprägt oder diesen, ja, Trialismus. Aber Spinoza sagt nun ganz klar, es gibt nur diesen Monismus. Es gibt nur eine einzige Substanz. Und getreu dieser monistischen Identifikation gibt es auch keine Transzendenz. Das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Begriff bei Spinozas Theorie, denn er postuliert eine Philosophie der absoluten Immanenz als Gegensatzstück zur Transzendenz. Im Mittelalter war Gott transzendent. Er war ewig. Er war übernatürlich. Er hat die Natur überdauert. Bei Spinoza ist der Gott immanent. Er ist innewohnend in all den Dingen um uns herum. Er ist einfach nur das Gleiche wie die Dinge um uns herum. Gott ist sozusagen nichts Besonderes. Die Menschen sind auch einfach nur Teil dieses großen Ganzen. Und die Menschen müssen sich selber verstehen, um die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten auch zu verstehen und dadurch auch dann ein glückliches Leben zu führen. Ganz in Antikertradition wollte Spinoza durch die Philosophie ein ethisch glückliches Leben führen. Deshalb spielt die Ethik bei ihm so eine wichtige Rolle. Es ist fast schon eine therapeutische Ethik, eine Art Lebenshilfe. Und diese Lebenshilfe soll die Menschen zu einer besseren Kontrolle und höherer Aktivität im Umgang mit der Einsicht in die Welt führen. Das beißt sich dann jedoch auch wieder und hier sehe ich dann auch wieder so ein paar kleine Schwierigkeiten mit seiner Theorie der Willensfreiheit. Denn aufgrund dessen, dass es ja diesen Monismus gibt, diese eine Substanz und psychophysischen Parallelismus und keine Interaktion zwischen Körper und Geist hat der Mensch ja, wie ich erläutert habe, keine Willensfreiheit. Also das beißt sich dann so ein bisschen dadurch, dass der Mensch aber trotzdem seine Affekte kontrollieren soll. Es bleiben hier also noch ein paar offene Punkte. Aber insgesamt ist das total spannend, denn es existiert kein außerweltlicher Schöpfergott. Es existiert auch kein persönlicher Gott, wie man ihn aus biblischen Überlieferungen kennt. Der Gott hat auch keinen Zugriff auf die Welt, denn die Welt ist Gott selber. Gott kann nicht eingreifen in die Welt. Das sind natürlich alles stark atheistische Theorien, die er hier vorführt. Denn er sagt einfach, Gott hat gar keinen Eingriff. Gott hat einfach nichts gemacht in dieser Welt. Gott und Natur sind das Gleiche. Das ist alles prädeterminiert. Das läuft alles parallel ab. Die Menschen haben auch keine Willensfreiheit. Eigentlich ist das ziemlich nihilistisch, was er hier sagt. Denn wenn man davon ausgeht, muss man gar nicht sein Leben ändern. Müssen wir eigentlich gar nicht morgens aufstehen, weil sowieso alles schon vorgefertigt läuft. Aber das Spannende ist hier, dass das Allgöttliche, die Allnatur mit dem Universum und dem Kosmos und dem Gott gleichgesetzt wird. Da gibt es ganz klar eine Art pantheistische Theorie bei Spinoza, aber eigentlich nicht pantheistisch im klassischen Sinne, in dem eben Gott existiert als übernatürliches Wesen, aber als Teil der Natur. Nein, sondern so, dass Gott genau gleichzusetzen ist mit der Natur. Wir hatten es gesagt, Deus Sive Natura. Das wurde natürlich auch stark retisiert in der Philosophiegeschichte von Herder oder von Feuerbach oder auch David Hume hat Spinozas Theorie als monströseste und absurdeste Theorie aller Zeiten bezeichnet. Höchst spannend von Spinoza, aber auch sehr schwierig zu verstehen, sehr abstrakt, vor allem auch mit einigen noch offenen Punkten, wie ich gerade schon erwähnt hatte, aber trotzdem insgesamt ein sehr interessanter Mensch. Er hat vor allem auch diese mathematische Argumentation zu Hilfe genommen mit Grunddefinitionen und Axiomen und so. Das ist schon ziemlich unterhaltsam, aber das soll es für heute auch sein. Also die wichtigsten Punkte, Immanenz, Pantheismus, Atheismus, keine Willensfreiheit, aber auch Ethik und vor allem auch Monismus im Gegensatz zu René Descartes Dualismus. Das sind die Schlagworte, die man bei Spinoza im Kopf haben muss, mit der man seine Theorie erklären kann und vor allem mit der man auch sein Leben dann wiederum erklären kann, indem man genau in seinen atheistischen Thesen diese Ablehnung zur Religion findet und dadurch auch diese Exkommunikation findet, die ihm ja widerfahren ist und er ja dann nicht mehr auf einer kirchlichen Schule sein durfte. Wie so oft in der Philosophiegeschichte gab es kurz nach Spinoza auch eine Gegenposition, nämlich die Cambridge Platonists und vor allem Anne Conway, wieder mal eine weibliche Philosophin, die ich nächstes Mal erklären werde, die Gegenposition zu Spinoza in der Hinsicht, dass sie die Existenz Gottes bewiesen haben und vor allem auch von einer klaren Willensfreiheit ausgehen, also genau diametral gegensätzlich zu Baruch des Spinoza. Das Abschlusszitat gibt uns heute Slavoj Žižek, einer der berühmtesten modernen Philosophen, den viele garantiert aus Funk und Fern kennen. Mit diesen Worten möchte ich abschließen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit auf unserer Reise durch die Philosophiegeschichte. Letztes Mal René Descartes, heute Baruch des Spinoza und nächstes Mal gehen wir ins England des 17. Jahrhunderts zu Anne Conway. Slavoj Žižek Spinozas Ontologie ist die Ontologie vollkommener Immanenz in der Welt. Das heißt, ich bin nichts anderes als das Netzwerk meiner Beziehungen zur Welt und in ihm vollkommen entäußert. Mein Streben, mich selbst zu behaupten, ist somit keine Selbstbehauptung auf Kosten der Welt, sondern mein uneingeschränktes Akzeptieren der Tatsache, dass ich Teil der Welt bin. Der Gegensatz von Egoismus und Altruismus ist damit überwunden. Ganz bin ich nicht als isoliertes Selbst, sondern in der gedeihlichen Wirklichkeit, deren Teil ich bin. Der Gegensatz von Egoismus und Altruismus